So meine Lieben, Salz geht's wieder an. Ich war ein bisschen unterwegs, hab ein bisschen eingekauft und ein bisschen Spaß gehabt und heiß gegessen. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Was sagt ihr zu den neuen Corona-Bestimmungen? Ich hab eigentlich gedacht, es wird ein bisschen gelockert, aber es ist wohl nicht so. Was wollen wir machen? Es geht immer drunter und drüber. Liebe Grüße, der Hubert!